. Geburt war anstrengend, Ilna Miras und Rautex 27, 1. Baby-Update Ilna Miras, 26, und Mika Heiter sind frischgebackene Eltern, ihr kerngesundes Töchterchen machte aus dem einstigen Love Island-Paar am vergangenen Mittwoch eine kleine Familie. Mittlerweile hat das Trio das Krankenhaus verlassen und ist wieder in den eigenen vier Wänden. Von dort aus gibt die neue Mama ein erstes Baby-Update und verrät, trotz langwieriger Kreißsaal Strapazen ist überglücklich und ganz vernarrt in ihr Baby. Die Geburt hat sehr lange gedauert und war sehr anstrengend. Aber es hat sich gelohnt und das ist wirklich das Beste, was es gibt, beteuert in ihrer Instagram-Story. . Alle drei seien wohl auf, ich hab natürlich nicht so viel Schlaf wie sonst, aber der Kleinen geht es auch sehr, sehr gut. Und wir haben uns gut eingelebt, fährt sie fort. Ich genieße jetzt jede Sekunde mit ihr und es ist so schön. Sie ist so süß, glaubt mir, schwärmt weiter. Mehr als die Füßchen gab es noch nicht von ihren Wonne-Proppen zu sehen. Und auch die hübsche Schweizerin selbst zog sich etwas zurück. Dafür hat jedoch eine gute Erklärung, die Kleine ist fünf Tage alt, sie ist noch klein und braucht definitiv meine Aufmerksamkeit. Und die bekommt sie auch. Da ist Instagram nicht wichtig.